und damit willkommen zurück bei the legend of zap linus ja wir haben ein bisschen was zu tun wieder immer noch schon wieder wir haben kaum zeit uns hier ins bett zu hauen ja zwei punkte haben wir wieder eine nebenquest und eine hauptquest und natürlich erst die nebenquest suchen sie im außenposten nach dem waffenprotokoll machen wir zuerst mal ob wir momente hier zum ziel hinläuft ist auch mal sehr cool design muss ich sagen auch vorsichtig da ist eine wache oder bis jetzt sehe ich keinen sehe ich doch da ist einer ich wusste es doch dass einer ist das ist eine ganz tolle wache ne der hätte uns sehen müssen der hätte uns sehen müssen wir warten kurz bis ja dort an stelle steht weil ich nicht weiß ob der typ da hinten siehst der bewegt sich auch die typ ist aber da hinten er guckt genau hierher ne ne der guckt die andere kurze seite aber der würde uns sehen wenn ich ausschalte warte müsste ich bewegt sich bewegen und bewegte ich scheiße richtung guckt er jetzt in diese richtung geht ja der bild sich umdrehen schlecht warten kurz bis er wie hat er mich jetzt gesehen wie hat er mich jetzt gesehen verdammte angst junge plötzlich sehen die ein warum ok ok das wäre dort ok wir haben mindestens drei hier sind es drei er hat noch keinen kegel vor sich das sieht uns noch nicht sollte uns sehen als gute wache gut er war mich ist aber wenn wir uns jetzt vorsicht der kollege hinten umdreht komm schon beeilig hol ihn dir 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 und dass er blind ist wir spielen auf normal natürlich richtiger toller wachmann oder dem interessiert es einfach nicht was er vor sich geht das kann natürlich auch sein interessiert es einfach okay bei dem gericht ist auch noch ein kleiner auch da habe ich ihn gerade gesehen ich bin noch auf normal ein bisschen netter drücken wir ein paar augen zu die haben verbandskasten hier am verbandskasten hier am verbandskasten den kriegen wir nicht so einfach glaube ich wohl nicht so einfach müssen wir vielleicht auch nicht müssen wir vielleicht auch leben lassen es gibt eine freude hier freude auch tolles deutsch da hinten kommen wir unten ran zu hans-dietrich komm so erfolgreich noch mit verbandskasten das ist natürlich laptop und 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 echte einkaufsliste news ist ein ticker news pietra saos und malakauti fest in der hand der bs csa den pietra saos von der bs csa angegriffen und es wurde seitens der präsident von salantica mit dass letzte nacht auch die angriffe in malakauti begonnen haben weite teile des landes sind schon von der csa werden die menschen in malakauti nicht und den angriff so aus den beiden landen betreiben führer der csa wird sich für das recht verantworten müssen sagt der präsident von salantica heute morgen in einer pressekonferenz experten befürchten dass die drohung ob als salantica einziehen können nein oh infektionsbeschaffung tsarei ist eine geisterstadt und mit fahrzeugen unpassierbar ok wir haben hier einen neuen ort entdeckt mit dem wir eine neue nebenquestservert keine Ahnung ob das genau war wir können es rausfinden da ist die wache der container das ist ganz gut steht da ganz sicher wir müssen jetzt um oder jetzt um oder der gibt uns die chance dass wir ihn zum schlafen bringen weg dann kann sehen weg da das ist mir zu heiß dahin zu laufen das ist mir zu heiß warum hat er mich jetzt gesehen wieso hat er mich jetzt gesehen ey Ficke oder hat der mich jetzt gesehen hä oah Junge oah Leute oah oah haben wir es gespeichert hier nein nicht gespeichert ich bin ich bin aus dem haus raus und rein man warum hat man da jetzt keinen speicherbund gesetzt das wäre doch einfacher toll als wir von Norden ach ja ach ja ja rede ich nicht um nicht um ja plumpstack geht um Traden ist irgendwie kurzsichtig Der ist sehr kurzsichtig, der Typ. Der ist sehr kurzsichtig. Okay, da kommen wir rein. Ist gut. Großes Haus. Ein Versteck für Secrets. Ein Versteck für Secrets. Aber die über siehe ich mal gerne. Da ist noch ein Laptop. Da ist noch ein Laptop. Ein Verbandskasten. Was wir hier haben. Mal gucken, was wir haben. E-Mail 1. Geflohene Frau. Wir haben die geflohene Frau. Sie hat sich heute Morgen vergeben. Ich habe ein paar Männer losgeschickt. Die Gefangene zu euch. Vermuten, dass sie einspielt. Becky. Minen. Wir haben den Außenposten mit Minen im Gesicht. Wenn sie zu uns stoßen, sagen sie den Männern, dass sie die Rotierung nicht. Ansonsten. Püree. Ja, warum nicht? In einem roten Püree. Es ist eine Geisterstadt und mit dem Fahrzeugkampf passierbar. Es dürfte schwierig sein, regelmäßig Vorräte dort hinzubringen. Es macht keinen Sinn, dort einen Außenposten einzurichten. Es scheint ein wichtiger Ort zu sein. Wieder ein Hinweis darauf. Interessant. Da geht es raus. Das machen wir jetzt gerade nicht, weil da gerade eine Wache steht. Was machen wir? Hier raus. Das war der Ort, ne? Das war der Ort. Klar. Komm. Geh weg. Ich möchte raus. Aus dem Haus. Komm schon. Im Normalen scheinen die sehr lange bestehen zu bleiben. Es gibt. Es ist eine Möglichkeit, ganz zügig, schleichend auszuschalten. Das Problem ist nur, dass sie sich jetzt umdrehen möchte. Ich ziehe leider auch mit. Ich muss ja noch mal ein bisschen aufmachen. Ich muss den Dietrich benutzen. Hier könnte man einen Speicherpunkt setzen, was rauskommt. Speichert ja nur, wenn man den Bereich immer besser betritt. Oder so ein automatisches, irgendwie, mal selbstbestimmen kann, wo man speichert. Das wäre auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass wir es können. Das haben wir schon, aber aktivieren müssen wir es noch. Bestorben. Hoffentlich sind da nicht so viele Wachen dahin müssen. Müssen dahin, wahrscheinlich. Okay. Das. Wache steht da irgendwie schon lange. Das ist das Problem, glaube ich. Steht. Jetzt geht es gleich um. Steht sehr lange da schon. Ist festgefroren. Ist festgefroren. Ist ganz gut gerade. Leise ausschalten. Das letzte Gebäude, glaube ich. Das letzte Gebäude, glaube ich. Was wir mal angucken müssen. Secret. Nein. Lichtschalter haben wir hier. Das andere, dass hier Lichtschalter gibt. Warm. Dietrich. Ist da einer drin? Ist da linksang da drin? Irgendein Special. Oder unser Missionsziel. Wir werden es rausfinden. Ein Secret. Drei von drei. Oh. Gorn. Trophäe. Treasure in the ice. Find all three secrets in the chapter. Okay. Da war. Müssen wir noch weiter. Dem ist nur. Wachen die. Treu. Der steht da vorn. Da muss ich rein. Ne, das ist der Ausgang, genau. Da war ich schon. Da oben muss ich rein. Da muss ich mal rein. Bestimmt. Das ist laut. Das ist bestimmt sehr laut. Das ist ein besonderer Laptop. Sollten wir es mal angucken. Auf jeden Fall. Das ist ja auch schönes. Specialhaft. Wir haben ja alles hier kurz gerade gefunden. Oh, der Laptop hier. Der ist es. Der ist es. Speicherstick nehmen. Wir suchen sie im Außenposten nach Waffenprotokoll. Weltreich abgeschlossen. Okay. Jetzt muss ich nochmal hier wegkommen. Heil. Sehen. Und zufrieden. Gehen wir mal den Weg. Jetzt können. Wieder zurück oder? Gleichen Weg zurück oder? Nein oder? Da oben lang. Hier ist unser Wagen. Hier ist unser Wagen. Also doch. Können wir uns dann in der nächsten Folge wieder zur Hauptquest aufmachen. Wir haben für das Kapitel auch alle Secrets entdeckt. Das ist so cool. wieder aufwärmen. Die gemütliche Katerhütte. Jetzt haben wir da nur noch. Aber wir haben nicht diesen Hinweis mit der Geisterstadt. Auf der Karte drauf. Den müssen wir wahrscheinlich noch rausfinden. Nächstes Mal machen wir uns auf Mission. Und suchen sie die Bergpartis und suchen sie Urklemmen. Ja das machen wir jetzt. Auf der Karte drauf. Ja das machen wir mal vor. Dann finden wir festzuschauen. Nächstes Mal. Ich folge jetzt weiter. Das war eine weitere Folge von The Legend of Zepp Liners. Top-Down CSK. Dann. R-Joot. Zunächst Mal.